die rette ich doch gerne Fischiiiiiis oh das heißt wir haben ein Schild schon verloren ich glaube die kommen nacheinander das ist einfach er ist halt drauf ok das sollte eine treppe werden und er hat treppe gemacht schutz sich sammeln untergefallen ich stelle mich aber auch dämlich an komm nur bei mir dabei ist die schlaue feuer ich dachte der kronleuchter machen wir da nicht an wir machen den typen feuer unter dem arsch und wir bauen was bauen wir denn konnte helfen dreizack was mich dahin da sind noch stutzis und rollzack erst mal eine runde geholfen kein zutritt für männer da bauen wir eine suppenschüssel wir haben licht gemacht er sieht ja was es ist so kack aus wenn er weiblich ist sieben und neun ich häng' fest, ich geh' hinter erstmal ne Runde Falten und dafür gibt's Geld so, dann mach' Ron das mal dann mach' Ron das mal Harry? Ha! Achso, wo ist das? Time! Da oben hab' ich was gesehen! Oh, ich bin wahrscheinlich zu weit weg Hallo? Hallo, und der war auch noch massig Kohle Uns fehlen doch noch Lampen Wo sind die denn? LOL Der kotzt sich erst mal am Popper Am Poppes Wir haben ja keine mehr Ich will wieder eine Frau Miene machen Weil ich glaube als Mann kommen wir da noch nicht rein Da steht da, ey Männer verboten Gib mir Vibe-Action Man hat auch dieses berühmte Ticken Okay, hey du hast nicht viel Zeit Oh, da vorne ist noch eine Blume Nein, ich will da noch nicht rein Da ist noch eine Blume Nein! Ich will da noch nicht rein Uh! Achso, die können noch mal so anders kommen Gut zu wissen Achso, die können noch mal so anders kommen Gut zu wissen Ich will die Hände waschen Uh! Da wäre ich nicht reingegangen Äh, genau deswegen Äh, genau deswegen Muss das Ding aktivieren Warte doch Alles kaputt machen! Oh, da oben ist klasse Kohle Da will ich hin Fangen Fang! Du, Kerl, war ein Spaß Ist ganz viel Kohle Uh! I don't know if I can fly Okay, ich verstehe euch Was ich machen muss Ich putze erstmal wo wir waren zauberreich nö ich hab ein putzer, das deft mich wir sind klar, der hält das locker aus so was darf ich da jetzt kurz die Stutz einsammeln? das wäre äußerst freundlich hey wirft mich noch mal hoch vielleicht kann man so ran, ok ok, dann erstmal nicht, so, gib mir wow, BAM und auf den Kopf das ist einfach, Fall BAM UUUUUUUUUUUUUUUUP oh, nice so wenig Prozent Schützen haben, Schüler in Gefahr gerettet, Eingehörner Stein äh, was ist Geschichte fortsetzen, zum tropfen der Kessel, was bringt der denn? naja, meine wahnzeiten, naaa raus die Geschichte noch nicht fortsetzen besuche die Bank ja wie komme ich denn zur Bank stimmt man kann da raus aber man kann ja hier noch ein bisschen Sachen sammeln das ist die Tür auf Manni Hallo Hallo Ach, hier kann ich die ganzen Dinger nochmal angucken die ganzen Intros und sowas und ja, wir haben wieder ein Ladebildschirm ja immer die Ladebildschirm geht mir auf die Eier aber ein bisschen Geld waren noch hier ein bisschen Stutzis hier ist bestimmt auch was versteckt oder ja ja, nicht krass war hier schon der Geld weil hier kann man ja vor Geld fahren das ist voll Schitterei das war jetzt nicht viel aber wenn man das oft genug macht kann man das kann man richtig Kohle machen oder ja kann ich nicht bewegen ok dann gehen wir hier mal rein ach stimmt jetzt sind wir draußen oder ich glaube stimmt eben kann man das mal vorne gesehen jetzt sehen wir das seitlich was steht da drauf hat irgendwas und hat irgendwer hat was gehabt ne ich will nicht in die Schneiderei oh noch mehr Kohle nice nice was gibt's hier oh ich will da hoch ich damit auch hoch ne oh nur eine Laterne ein bisschen Stutzis das kommt jetzt noch mal in den Goblin ich hab das nicht ganz gelesen ne alter Goblin ich hab's schon vergessen Gnome oder Gnome ich weiß es nicht mehr huiii cool jetzt kommen wir noch mal dahin wo wir eben waren oder vorhin waren in irgendeinem anderen Part und so was ist das denn jetzt wollen wir mehrere Dinger ich möchte gar nichts mehr jetzt kommen wir auf den wechseln was verbätigt Hintertür Nummer 2 ein Item Bonus Level spielen na klar Ladebildschirm immer die Salade Bildschirm Bildschirm immer die Salade Bildschirm der nervt eins richtig denn der ist nervig und auch extrem lange ja jetzt ja hallo ne 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 Das ist ja echt schwer Das ist ja echt schwer das muss ich einfach nur eine Reihenfolge machen Bist du blöd? Jetzt! Oh Mann so ein Arsch! Du bist doch zum dumm zum Kacken! wir brauchen deinen kleinen freund so weiter geht es schon gelernt haben ist das so böse oh man will jetzt sogar stütz ist dabei okay aber trip 17 ha 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 ausgetrickst hier auch da drauf ronnie goldener stein kann man noch die dinger kaputt machen oh schade level abgeschlossen okay also gibt es hier verschiedene bonuslevel so wie ich das mitkriege ist cool aber ich glaube die machen wir noch nicht die machen wir später nehmen worden ich glaube wenn wir das spiel durch haben weil ich glaube da hat man alle zauber zu haus war so wie es eben aussah und ich möchte mich in den zaubern nicht so krass spoilern also gehen wir wieder zurück und besuchen jetzt mal irgendwelche shops hier weil mich interessiert was in den shops zu geben was haben wir hier denn was ist das denn okay vielleicht weiter nach der anderen seite nicht so okay gibt es noch mehr sachen was ist das denn okay da haben wir auch nichts komisch komisch wir gucken jetzt mal weiter was haben wir hier denn goldene steine wird gekauft wenn da nichts kostet können zur seite gehen ach so okay das muss ich wieder okay dann kann ich also goldene steine kaufen das ist auch cool zu wissen was gibt es hier da gucken wir gleich hin ich will erst das geld einsammeln eisbahn verkleidung karotten zauberstab was ist das denn und jetzt es könnte sein dass das diese extras sind die es hier gibt da was hat das jetzt gemacht oh nö das ist ja kacke schatten sind kacke eisbahn ich weiß nicht was eisbahn aus verkleidung karotten zauberstab ich weiß nicht ich lass das erstmal kostet mich ich glaube unten links ist das roten stein und davon haben wir glaube ich gar keine können wir überhaupt das nächste bock auf jetzt kostet noch gold ach wisst ihr was das kostet echt so wenig kauf uns das mal extras mal gucken eisbahn an verkleidung an karotten zauberstab kann ich mir vorstellen ist er what the fuck wir rutschen gar nicht schwer oder so ok das ist mir doch zu kacke die eisbahn die machen wir wieder aus ich finde die verkleidung richtig lustig wir haben echt ne karotten zauberstab nice gesperrt alles gesperrt hermine ballkleid gerade das können wir jetzt kaufen dann können wir das anziehen ist ja voll lustig jetzt haben wir noch vor wir können die man anders angucken könnte oder einfach durchgehen können aber guck mal eine ballkleid das ist recht teuer aber wir scrollen einfach mal kurz wieder einmal nach vorne jaa wir scrollen nach vorne und guck mal was es oben gibt weil ich glaube ich möchte dafür das geld noch nicht ausgeben hier Harry smoking oh nice was hier wir können uns eigene sachen designen cool da würde ich gerne Harry bearbeiten das war so ein cool Hut auf ne warte ne Frisur ne wir lassen das glaube ich so das ist lustig ne kleine gimmicks weißt du die machen das spiel richtig interessant wieder und machen das so ein lustig und ja lustig halt ne ok dann gehen wir noch einmal zurück zum anderen shop und gucken was da jetzt gab weil ja da wusste ich ja noch nicht dass man hin und hör scoren kann aber was ist das denn jetzt hier schlugmus ektasus multiplikatus könnt ihr die zauber kaufen oder was das sind das auch das sind extras ne multifocus multifocus freigeschaltet das ist die zauber oh ne das ist ja echt kacke dass man hier schon zauber vor kaufen kann was ist das denn klippend ne das finde ich blöd aber wir gucken uns den zauber mal an achso achso das sind okay das sind nur gimmicks zauber dann ist das in ordnung ich dachte man kann sich so die zauber hier freikaufen das wäre richtig kacke oh ja das wäre richtig kacke aber so ist das in ordnung das gefällt mir das soll bestimmt ablenken dass hier vorne was liegt oder ich hoffe dass Hermine jetzt nicht immer so aussieht aber das sieht kacke ne ok gut gut dann würde ich sagen Harry mit Schnurrbart und Karotte in der Hand verabschiedet sich fürs erste ähm ja das war's mit dieser Aufnahme Session fürs erste äh ich hoffe es hat euch gefallen bis jetzt wenn ja wäre schön wenn ihr die Videos bewerten würdet und auch kommentieren würdet und ja wir sehen uns in der nächsten Aufnahme Session wieder bei Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4 bis dann ciao ciao ciao